Herzlich willkommen, in diesem Video geht es um die drei besten Soundsysteme. Das High-End-Produkt in unserem Soundsystem-Test geht an das Logitech Z906. Mit dem Logitech Surround Sound Speaker System Z906 genießen Sie realistischen Surround Sound in Kinoqualität. Mit dem atemberaubenden Klang von 500 Watt Gesamtleistung macht das Soundsystem jeden Filmabend zu einer Premierenfeier. Das THX-Zertifikat garantiert Ihnen, dass Sie den Sound genauso hören, wie er klingen soll und die integrierte digitale 5.1-Dekodierung wandelt Dolby-Digital oder DTS-kodierten Sound in detailreichen Surround Sound, um Sie hören den Jubel der Menge ebenso realistisch wie die Schritte, die sich von hinten nähern. Sie können bis zu sechs Audiobereite gleichzeitig anschließen, unter anderem Fernseher, Blu-ray, DVD-Player, DVD-Recorder, Xbox 360, PlayStation 3, Wii, iPod und Stereo-Anlage. Die Bedienkonsole mit gut lesbarem Display fügt sich dank Ihres kompakten Designs perfekt in die Home-Entertainment-Anlage in Ihrem Wohnzimmer ein. Und mit der kabellosen Fernbedienung haben Sie Ihr Hörerlebnis immer unter Kontrolle und müssen nicht einmal vom Sofa aufstehen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der AUNA Areal 525 Star. Wie im Kino Mit dem AUNA Areal 525 Heimkino Soundsystem erlebst du Filme, Videospiele und Musik dank hochwertigem Sound als intensives Rundumklangerlebnis. Technischer Mittelpunkt des Soundsystems ist der aktive Subwoofer, der die fünf Satelliten-Lautsprecher dirigiert und antreibt. Der 5,25 Zoll Bassreflex Subwoofer erzeugt im Zusammenspiel mit den Lautsprechern, bestehend aus vier Stands und einem Center, einen runden, raumfüllenden Gesamtklang mit der RMS Gesamtleistung. Optisch besticht das Surround-System AUNA Areal 525 WH durch ein elegantes Gesamtdesign, das sich problemlos mit den meisten Einrichtungsstilen verträgt. Die Verkleidung der Lautsprecherboxen besticht durch ihr weißes Holzgehäuse in Pianolack-Optik. Die Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht zudem drahtloses Streaming via Smartphone, Tablet oder Laptop. Der Preis-Leistungssieger in dem Soundsystem-Test ist der AUNA Concept 5 Punk 1. Das AUNA Heimkino Soundsystem versorgt Ihre Räumlichkeiten zuverlässig mit hochwertiger Soundqualität. Guter Sound hoch 5 Holen Sie sich mit dem AUNA Lautsprechersystem ein besonderes Klang-Ensemble in die eigenen vier Wände. Das AUNA Heimkino Soundsystem versorgt Ihre Räumlichkeiten zuverlässig mit hochwertiger Soundqualität. Guter Sound hoch 5 Holen Sie sich mit dem AUNA Lautsprechersystem ein besonderes Klang-Ensemble in die eigenen vier Wände. Das Soundsystem mit einer starken Leistung nimmt das eingehende Surround-Signal auf und verteilt es auf die kompakten Satelliten-Lautsprecher sowie den kräftigen Oneside-Bassreflex-Subwoofer. Über den Stereo-Synch-Eingang kann Audio-Equipment aller Art etwa, CD-Player und MP3-Player, aber auch Laptop und Fernseher mit klanglichem Mehrwert an das AUNA Lautsprechersysteme angeschlossen werden. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.